Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Yuri, Bratanz aus Favelas 2. Im Juni 2018 erschien der erste Teil Bratanz aus Favelas. Nach etwas mehr als zwei Jahren kommt nun die Fortsetzung des Kasselers. Bratanz aus Favelas 2 beinhaltet 15 Tracks, Features kommen unter anderem von Bushido, Kollegah und San Diego. Das Album kommt über BBM Records und erscheint als Box. Rough Fiction, Hassmaske. Arbok, Klaus und Hauke melden sich zurück. Das letzte Album von Rough Fiction, Ausnahmezustand, kam im März 2018. Jetzt steht mit Hassmaske das vierte Album der Jungs an. Hassmaske kommt mit 13 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Swiss, Tamash und Zero Zero. Das Release kommt über Rough Fiction Productions und erscheint als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.